Wie kannst du an Let's Move for Better World teilnehmen? Es ist ganz einfach. Du brauchst erstmal ganz normal einen Account, am besten vorzumsehbar unserer Sports App-App. Damit hast du direkt den Account. Oder du gehst auf die Seite www.mybrandness.com und meldest dich dann dort an. Das ist zuerst mal die Grundvoraussetzung. Wenn du bei uns schon regelmäßig trainierst, wirst du wahrscheinlich schon einen solchen Account haben. Und du findest in diesen einzelnen Bereichen dann den Button Let's Move for a Better World und dann natürlich den Unterbutton Teilnehmen. Wenn du darauf klickst, bist du schon registriert und musst eigentlich nur noch auf den 12. März warten, bis es dann endlich losgeht. Ab dann ist es eigentlich ganz einfach. Du kannst entweder mit deinem Sports-Abbändchen, deinem Welleskey-Schlüssel oder mit deinem Smartphone dich ganz normal am Gerät abmelden und dann werden deine Bewegungen schon gezählt. Wir wünschen dir viel Spaß und uns allgemein viel Erfolg und viele Moves, damit wir auch viel spätten können.